Mir liegt Heimat am Herzen. Doch was macht Heimat heutzutage noch aus, wenn Menschen aus beruflichen und persönlichen Gründen fast überall leben können? Es ist nicht der Ort, die Gebäude oder die Straßen. Es sind die Menschen. Ich möchte in einem Land leben, in dem wir als solidarische und starke Gesellschaft füreinander einstehen. Wir tragen alle Verantwortung für unser Land, in dem wir lernen, arbeiten, leben und alt werden wollen. Ich selber kam als 8-Jährige nach Deutschland. Ich setze mich auch heute noch für eine Gesellschaft ein, in der es keine Rolle spielt, woher du kommst, welche Hautfarbe oder Religion du hast, wen du liebst. Der Mensch ist wichtig. Der Mensch steht im Mittelpunkt meiner Arbeit. Dafür stehe ich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!